Ich muss so hart pissen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, noch sind die Straßen hier dezent leer und ruhig. Aber das sieht nachher anders aus. Alter, Leute, was geht mir hier eigentlich ab? Ich gehe jetzt auf den Faschingsumzug und gucke mich mal an. Ich habe einfach nicht mal ein Kostüm an. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist schon Stimmung in der Krone. Morgen. Ah, okay, Stimmung sieht anders aus. Wollt ihr in meinen Vlog? Achtung, bitte die Stimmung. So. Alter, da läuft es. Jungs, lass krachen. Jawohl, also es ist doch ein bisschen Stimmung da. Alter, kennt ihr die Automaten noch? Geil. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich bin ja völlig überfordert. Und ich sage es euch, ich war gestern bowlen mit meinen Jungs. Und eigentlich waren wir nur alibi-mäßig bowlen. Wir waren eigentlich nur saufen. Und ich habe noch so einen Schädel. Also nicht einen Schädel, sondern ich bin einfach noch so ultra verheizt. Guck mal, das ist Wäsche. Wäsche über den Straßen. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hi. Guten Morgen. So, wir starten hier erstmal mit einem Warm-Up. Geil, ey. Geil, geil, geil. Was sagst du dazu? Geil, geil, geil. Es ist einfach immer die beste Lösung, weiterzumachen. Ja. So Leute, hier wird jetzt gerade noch unsere kleine sportliche Waage aufgebaut. Ja, ich laufe heute beim Faschingsumzug in Talheim mit. Und zwar bei den Eisbären. Ich freue mich richtig, bin richtig motiviert. Und ich hoffe, ich kriege noch ein Kostüm. Weil wenn ich kein Kostüm kriege, dann kriege ich kein Kostüm. Ja. Zwei Stunden später. Also Update, ich habe immer noch kein Kostüm. Aber ich werde jetzt schon mal bemalt. Kann es losgehen? Kann losgehen. Kann losgehen. Okay, dann fangen wir mal an hier. Zufrieden? Sind wir zufrieden? Ja, wir sind zufrieden. Da sind wieder meine Freunde. So, wir begeben uns jetzt zur Startaufstellung. Was sagt der DJ dazu, Sigi? Ja, es gibt eine Riesenparty heute. Wir werden hier richtig Talheim rocken. Und ich freue mich, wie die Sau, dass ihr mit dir zusammen hier auf dem Wagen seid. Das sagst du jetzt noch. Das sagst du jetzt noch. Alter, guckt mal, da läuft Haribo. Oh ja. So, wir rollen jetzt mal in die Startaufstellung hier. Und noch mal ein Pickup. Pickup, grüß Pickup. Ich habe mein Kostüm bekommen. Kurz vorm Start. So, ich bin eingezogen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sieht es aus? Ab damit in die Kommentare. Hey! So, wir machen jetzt eine Tour de Ländle. Tour de Fasching-Umzug. So, wir haben hier drei Mädels. Die wollen in den Vlog rein. Und jede davon erzählt mir jetzt einen Flachwitz. Let's go. Kein Flachwitz. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Minus 12. Du? Äh, hallo. Was, ein Flachwitz. Das hält auch keiner ein. Hallo. Hättet ihr nur ansatzweise so gute Flachwitze, wie ihr aussieht, dann hätten wir wenigstens mal einen sehr guten Flachwitz. Was ist rot und schmeckt nicht gut? Ein Ziegelstein. So, so. Hier, soll ich es wieder aufschneiden? Leihgebühr, ja. Ja, Leihgebühr, das mache ich doch. Da guckt euch den Lappe an. Es geht los. Der Umzug beginnt. Ladies and Gentlemen, der Umzug in Tarnheim beginnt jetzt. Ja, wir sind Platz Nummer 45. Also, wir haben noch genügend Zeit, Bier zu trinken. Zeig mal, was da vorne abgeht. Ja, das geht da vorne ab. Und jetzt brauchen wir mal einmal Richtung Stimmung von unseren Eisbären. Jetzt brauchen wir noch Stimmung für unsere Ordner hier. Ich glaube, ich habe ihr da gerade ein süßes E-Kostüm gefunden. Ich sage es euch, Leute, es ist so geil. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Ich habe nicht gesagt, dass hier nachher mehr los sein wird. ZIGGEL! Hey! Weißt du überhaupt, was das ist? Das ist das neue Fernseher ohne GZ. Ach, komm, echt jetzt. Musst keine GZ-S-Warte dafür. Glaube ich nicht. Einen wunderschönen guten Abendmittag, Tarnheim! Tarnheim! Ich habe jetzt kein Problem. Ladies and Gentlemen, ich habe jetzt den Tiefpunkt des Abends erreicht. Ich bin jetzt in der Halle angekommen. Damit endet auch dieser Vlog. Danke fürs Zuschauen. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Die Melli beendet jetzt meinen Vlog. Hey! Hörlchen geht jetzt ab.